recht herzlich willkommen zur 147 folge vom arborion ja durchs tor sind wir gesprungen auf dem weg weiter müssen wir mal kurz rein gucken was hier so gibt was ist das ist keiner ist das einer ne ist auch keiner sind ziemlich große dinge aber keine richtigen astroiden die wir abbauen können gut west nord west ne wollen wir nicht da ist eine andere fraktion kann da sein nord ost tor nach sanion renaissance neutrale beziehung zu der gruppe die dahinter steht schicker planet hier ja fliegen wir mal die richtung oder nordost nordost nordwest ja mach mal da ist ja schön grün hier neben sektoren gibt grün schauen wir mal dass wir dann herkommen kann es sein dass da oben astroid ist nein auch nicht dann geht die reise weiter da lang auf ins tor ein sprung in einem bereich 845 euro öl verkauft unsere öl rick macht das da unten wo es auch immer ist ok springtor schnell durch kurz rein geguckt wieso ist die fraktionen die farbliche gegenseite verstehe ich nicht auf der anderen seite egal wo geht es lang nord nordwest sonst ist hier nichts ne nur wir und die tore dann fliegen wir weiter und gucken was dahinter ist oben leuchtet schon wieder dass wir zu schwach sind für der gegend mal gucken neutral zu den leuten hier einmal das tor bitte schauen wo wir rauskommen oder sektor überwinde die barriere steht da jetzt ok neue mission die wo der abenteuer drücken wir mal enter ja also wir brauchen die artefakte um die barriere zu überwinden dann wissen wir da schon mal bescheid danke für die informationen kann man irgendwo die barriere sehen nicht wirklich oder ich hätte eine hülle von 100% dann gucken wir mal gerade auf die karte ok ist das die barriere ja nein ok das heißt hier irgendwo ist die barriere dann also wir werden definitiv nach westen dann weiter steuern wohl was ist hier drinnen keine astroiden drei schiffe zwei stationen und doch astroiden oder keine ahnung was das untere war ist das da ein asteroid nein da ist ein schiffswerft nord-nord-ost-tor ne ich will das west-tor haben diesmal da ist ein tor aber das ist das wo wir herkommen da ist auch ein tor wo sehe ich denn jetzt noch eins ah da unten west-süd-west das wollen wir nehmen fliegen wir mal die richtung müssen aber gerade ein bisschen ausweichen ist das dann ein asteroid ja dann sollten wir da mal gerade hinfliegen und den noch vorher in beschlag nehmen und dann weiter weg geben hier ist ein bisschen tricky glaube ich weiß gar nicht ob man durch diese transport strahlen hier durchfliegen kann ohne schaden zu nehmen so da ist er der dicke brocken fliegen wir mal gerade näher ran und entern den so interagieren einnehmen nochmal interagieren und verkaufen und dann machen wir gerade nichts machen wir gerade mal gucken wem hier das tor gehört welche fraktion das ist kommen wir jetzt von ok asteroid verkaufen kommen wir jetzt von der sind die oberen das sind die kart von vor sieben oder so ähnlich können wir mal gerade gucken wer wie die sind weiß ich jetzt auch gerade nicht so ne ne das war ja falsch ne brauchen das i für fraktionen allianzen diplomatie ok die sind gelb das ist schlecht also nehmen wir lieber die anderen weil mit denen sind wir dann besser das waren die ne dann kommen wir schon in den guten bereich vielleicht rein macht Sinn oder interagieren wir und dann geht er an die verbessert ja das waren die gar nicht da gibt es zwei kommen weil es da unten ist noch ein anderer ok naja aber das war auch nicht verkehrt jo dann welche fertig hier nochmal rauskommen ist das unser tor west süd west ja dann fliegen wir da mal hin beziehungsweise da durch so da gibt es wieder ein tor nord nord west karte ja ja wir fliegen nord und hoffen dann dass wir da mal da weiter kommen ne hier sieht man natürlich die astroiden sehr gut aber ich sehe jetzt gerade keinen der so ist dass wir ihn verkaufen können nicht wirklich ne ja gut ist das tor was wir nehmen wollten nord nord west genau fliegen wir das an und springen dann da durch wir können natürlich auch immer den hyper rom antrieb nehmen und weiterspringen ne haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht aber wir fliegen jetzt erst weiter mit dem kriegen wir gleich hin und reingeglitten okay habitat ne rinderfarmen ganz viele rinderfarmen hier sehr interessant und ist das hier eine sackgasse ja leider ok dann nehmen wir jetzt hier unseren hypersprung und machen dann da weiter da müssen wir hin und jump und hier ist nichts zu holen da auch nichts also kein sprung wir wollen auch im drücken ok hier geht es auch nicht wirklich weiter dann geht es vielleicht da weiter das ist in die richtung sprung ist berechnet aber wir brauchen noch 44 sekunden bis wir da durch sind also bis wir dahin können können wir ein bisschen näher ranfliegen hier bei den vier geraten greifen den sektor an da links ok wir sind zu schwach für den sektor das müssen wir auch noch beachten naja die sekunden werden wir hoffentlich noch rum kriegen ok da haben die uns gerade schon angegriffen die zwölf sekunden müssen wir gerade noch schaffen wir möchten nicht jetzt hier gerade noch unser schild kaputt haben oder so ok und wir sind weg glück gehabt nächster sektor und schnell gucken ob es hier sprungtore gibt gibt es natürlich auch wieder nicht irgendwo ein blips wo ich sagen würde da will ich hin nein ok wir springen mal in diese richtung der sprung ist schon berechnet ist hier ein asteroid dabei der zu vermarkten ist ich glaube nicht 47 sekunden braucht das hier ok sind ja auch wieder zu schwach für diesen sektor noch 22 sekunden ist der umfernig ich glaube ja ne kann das sein dass wir den anrufen können ja der sieht so aus dann werden wir den noch einnehmen schnell mal super mal super interagieren einnehmen und noch mal interagieren und verkaufen an die oberen und hoffen die uize lassen wir gerade noch nach den uizen gucken da war das i und mit denen haben wir aber schlechtere und mit denen die besseren und kommen da weiter voran ist vielleicht schöner so oder müssen wir mal gucken machen wir mal ok verbessert und wir wollten da hinspringen genau ziel anvisieren und los geht's schauen wir mal wo wir rauskommen nirgendwo aber da gibt es wieder einen grünen blip den nehmen wir dann mal hier ist nichts ne nein nur wir gut dann müssen wir leider eine minute warten jetzt ja aber ich sag mal die minute die können wir jetzt auch gerade dann in der nächsten runde machen jetzt machen wir erst hier schluss ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein abo habt macht eins falls euch die folge gefallen hat gebt einen daumen hoch macht euch die glocke an dann kriegt ihr mit wenn ich ein video hochlade und kommentare herzlich willkommen schreibt rein was er so denkt was er meint und wir sehen uns in der nächsten folge bis dann tschüss 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 tschüss